Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal hier bei Jogis Technik Ecke. Danke, dass ihr heute mal wieder zuschaut bei einem weiteren Informations- und Einrichtungsvideo zum allseits bekannten Modem-Router-Flaggschiff von AVM, nämlich der Fritzbox 7490, zu der ich euch in der vergangenen Zeit bereits eine ganze Menge an Informationsvideos hier auf meinem YouTube-Kanal präsentiert habe. Heute möchte ich das Ganze nochmal ein bisschen abrunden, indem ich euch zeige, was ihr tun könnt, um bestimmten Geräten in eurem Netzwerk das Internet zu beschränken, zu sperren, wie auch immer ihr das in eurem individuellen Fall braucht. Das können zum Beispiel die Computer eurer Kinder sein, welche nicht unkontrolliert im Internet rumsurfen sollen, oder aber natürlich auch beliebige weitere Geräte, denen ihr aus technischen oder sicherheitsrelevanten Gründen vielleicht den Internetzugang beschränken möchtet, die Kommunikation mit bestimmten Servern und wie ihr diese ganzen Szenarien mit eurer Fritzbox umsetzt, möchte ich euch im heutigen Video zeigen. Ich habe mich jetzt hier mal in die FritzOS Web-Konfigurationsoberfläche eingeloggt und was ihr da in allererster Linie mal sicherstellen solltet, dass ihr euch im sogenannten erweiterten Ansichtsmodus befindet, das könnt ihr tun, indem ihr hier ganz oben rechts auf die drei kleinen Punkte klickt und die erweiterte Ansicht mit diesem Schieberegler hier aktiviert, falls das noch nicht der Fall war. Somit können wir nämlich sicher gehen, dass uns jetzt hier gleich keine Einstellungen und Konfigurationsmöglichkeiten verborgen bleiben und können uns jetzt mal den ganzen Umfang der Filtereinstellungen hier ansehen. Dazu gehen wir hier auf der linken Seite im Hauptmenü mal in die Kategorie Internet, gefolgt vom Untermenüpunkt Filter. Dort sehen wir dann erstmal im Reiter Kindersicherung eine Auflistung sämtlicher Computer und anderer Netzwerkgeräte, die der Fritzbox bereits bekannt sind, unter anderem zum Beispiel auch mein Computer, mein Windows-PC, an dem ich hier gerade sitze und mein Android-Smartphone, das ist dieses hier. Und diesen beiden Computern wird, wie auch allen anderen Geräten im Netzwerk, das Zugangsprofil Standard zugewiesen, könnt ihr hier auf der rechten Seite sehen. Es gibt auch noch weitere Zugangsprofile, die in der Fritzbox vordefiniert sind, die lauten zum Beispiel unbeschränkt oder gesperrt. Diese Profile, die lassen sich natürlich noch anpassen, das zeige ich euch gleich. Hier lassen wir am besten erstmal alles auf Standard stehen, denn der beste Weg, einen bestimmten Computer oder auch eine Gruppe von Computern hier mit einer Regel zu versehen, mit einem anderen Zugangsprofil, ist ein neues solches anzulegen und nicht diese drei vordefinierten hier zu benutzen. Dazu gehen wir hier oben mal in den Reiter Zugangsprofile rein und da tauchen dann diese drei eben schon gesehenen Profile auf. Standard, unbeschränkt und gesperrt. Außerdem noch das Gastzugangsprofil, welches standardmäßig für den Gastzugang verwendet wird, zum Beispiel auch das Gäste-WLAN. Aber in meinem Video möchte ich jetzt zum Beispiel für die Computer meiner Kinder oder für irgendwelche anderen spezifischen Netzwerkgeräte hier Filter einrichten. Dazu erstelle ich hier erstmal ein neues Zugangsprofil mit dem gleichnamigen Button. Das kann ich hier mit einem beliebigen Namen erstmal versehen, zum Beispiel Jogis Kindersicherung und habe dann hier direkt unten drunter beispielsweise die Möglichkeit, eine Zeitbeschränkung für dieses Zugangsprofil festzulegen. Also für alle Computer, die ich gleich diesem Profil zuweise. Den wäre es in dieser Einstellung jetzt immer, also dauerhaft erlaubt, die Internetverbindung herzustellen. Man könnte sie auch dauerhaft sperren für die Rechner in der Jogis Kindersicherung-Gruppe. Oder wir können hier benutzerdefinierte Uhrzeiten festlegen, wann das Internet verfügbar sein soll und wann nicht. Das ist insbesondere natürlich in der Praxis als echte Kindersicherung sinnvoll. Wenn wir zum Beispiel nicht möchten, dass unsere Kinder montagsabends nach 20 Uhr noch das Internet benutzen, dann würden wir hier ab 20 Uhr mit gedrückter Maustaste die entsprechenden Stunden markieren, beziehungsweise entmarkieren jetzt. Hier wäre das Internet dann jetzt deaktiviert. Das kann man auch mit einzelnen Mausklicks machen, wie ihr sehen könnt. Ist ein bisschen fummelig. In 15 Minuten Schritten und natürlich würde man jetzt in der Praxis auch noch die gesamte Nacht ausschalten, zum Beispiel bis 8 Uhr morgens. Das Ganze müsste man dann natürlich auch noch für die anderen Tage entsprechend wiederholen oder anders benutzerdefiniert anpassen, wenn man hier andere Zeiteinstellungen haben möchte. Zum Beispiel am Wochenende, da gönnen wir unseren Kindern das Internet vielleicht bis 22 Uhr. Das sähe dann so aus. Und zusätzlich zu diesen Zeiteinstellungen hier können wir auch noch ein Zeitbudget einstellen, hier auf der rechten Seite. Das steht standardmäßig auf unbegrenzt. Damit könnten unsere Kinder jetzt in dem Fall montags von 8 bis 20 Uhr die Internetverbindung dauerhaft nutzen. Wenn wir das nicht möchten und das Zeitbudget auch während dieser aktiven Internetstunden einschränken möchten, dann klicken wir hier auf eingeschränkt und sagen zum Beispiel, dass es montags nur zwei Stunden Internet gäbe. Das sähe dann so aus. Diese zwei Stunden, die müssten sich dann entsprechend zwischen 8 und 20 Uhr am Montag eingeteilt werden. Und zusätzlich kann man auch noch die Option gemeinsames Budget ganz hier unten aktivieren. Die sorgt dafür, dass sich alle Computer, die in diese Gruppe oder zu diesem Zugangsprofil Jogis Kindersicherung gehören, dieses Zeitbudget von zwei Stunden jetzt am Montag teilen müssen. Das heißt, wenn die Tochter schon eine Stunde und 50 Minuten bei Facebook gechattet hat, dann wird ihr Bruder wahrscheinlich böse, weil ihm nur noch zehn Minuten zum Zocken bleiben. Für solche Zwecke könnte man natürlich auch getrennte Zugangsprofile einrichten. Scrollen wir hier mal runter. Da haben wir nämlich unterhalb dieser Zeiteinstellungen noch die Option, den Gastzugang für die Mitglieder dieses Zugangsprofils Jogis Kindersicherung jetzt hier zu sperren. Das ist auf jeden Fall gerade für Kinder empfehlenswert, die dann natürlich auch irgendwann herausfinden, wie das Ganze mit der Kindersicherung gestrickt ist, dass man sich nach abgelaufener Onlinezeit einfach in das Gäste-WLAN einloggt und weiter surft. Genau das kann man zum Beispiel hiermit verhindern. Dann würden alle Computer, die in dieser Gruppe Jogis Kindersicherung enthalten sind, anhand der eindeutigen Identifizierungsadresse ihres Netzwerkadapters für den Gastzugang hier gesperrt werden. Und dann kommen wir hier zu einem ganz wichtigen Bereich, nämlich dem Filter für Internetseiten. Das kann nicht nur als Kindersicherung in der Praxis interessant sein, sondern gerade auch, wenn wir bestimmten Geräten in unserem Netzwerk, bestimmten Traffic sperren möchten, bestimmte Art von Datenverkehr oder den Kontakt zu bestimmten Servern verbieten möchten. Dieses Feature können wir hier generell erstmal aktivieren. Wir möchten Internetseiten filtern. Da haben wir hier erstmal die generelle Option, ob wir verschlüsselte HTTP-Abfragen erlauben oder verbieten möchten, was für wirklich den größten Teil der uns bekannten Online-Dienste wirklich unabdingbar ist. Deshalb sollte man das in den meisten Fällen aktiviert lassen. Es sei denn, man möchte wirklich ganz strenge Regeln hier anlegen. Und hier unten drunter können wir dann generell erstmal festlegen, nach welcher Methode Internetseiten gefiltert werden sollen. Also nach der Whitelist-Methode. Damit wäre das gesamte Internet generell erstmal gesperrt, bis auf Internetseiten, die wir explizit in dieser Whitelist erlauben. Und dann gibt es eben die genau gegenteilige Methode, die Blacklist-Methode. Damit ist generell erstmal das gesamte Internet erreichbar, bis auf die Internetseiten, die wir in der Blacklist eintragen und sperren. Das ist hier die Standardeinstellung. Diese Blacklist, also diese Sperrliste, die können wir uns hier auch kurz anzeigen lassen. Die ist aktuell leer, wie wir lesen können. Hat also noch keinen Effekt, das Ganze einzustellen. Aber wir können diese Liste natürlich auch gleich bearbeiten. Und außerdem können wir hier völlig unabhängig davon, ob wir mit der Whitelist- oder Blacklist-Methode arbeiten wollen, hier unten auch noch jugendgefährdende Internetseiten sperren, die hier von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien entsprechend eingestuft wurden. Die Option sollte man natürlich gerade als Kindersicherung auch aktiviert lassen, wobei auch das bei weitem überhaupt noch gar keine Sicherheit bietet, dass die Kinder nicht doch entsprechende Inhalte aufrufen können, die dann eben nicht in diesem BPJM-Filter hier enthalten sind. Deshalb sollte man vielleicht gerade für kleine Kinder das Ganze hier mit der Whitelist-Methode betreiben, also das Internet generell erstmal komplett sperren und wirklich nur die Internetseiten freizugeben, von denen wir wissen, dass sie verträglich und harmlos für das Kind sind. Ansonsten wird man mit der umgekehrten Blacklist-Methode wahrscheinlich bei den Milliarden an Internetseiten gar nicht damit nachkommen, diese ganzen potenziell schädlichen Inhalte hier zu blocken. Aber ich lasse das in meinem Beispiel jetzt hier trotzdem mal auf der Blacklist. Die werden wir gleich noch entsprechend bearbeiten. Die war ja gerade noch leer. Und außerdem können wir nicht nur einzelne Internetseiten sperren, sondern auch komplette Netzwerkanwendungen. Das können wir in diesem Abschnitt hier unten tun. Es sind bisher noch keine Netzwerkanwendungen gesperrt für dieses Profil Yogis Kindersicherung. Aber das können wir ändern, indem wir hier aus der Liste auf der rechten Seite eine Internetanwendung auswählen. Zum Beispiel einen FTP-Server, das Emule- oder BitTorrent-Filesharing-Programm oder hier unten auch noch die Möglichkeit, generell alles außer das ganz normale Browsen und Mailen zu erlauben. Das hätte ich jetzt gerade eingestellt. Entferne ich mal wieder, denn ich möchte das hier für Yogis Kindersicherung anders machen. Ich möchte meinen Kindern jetzt hier ganz gezielt nur zum Beispiel die Nutzung der BitTorrent-Dateitauschbörse verbieten, damit mir hier keine Abmahnungen ins Haus flattern. Das wäre jetzt damit erledigt. Die Detaileinstellungen dieser BitTorrent-Einstellungen, also zum Beispiel die gesperrten Ports und Protokolle, die können wir auch gleich noch anpassen, genau wie wir, wie gesagt, die Whitelist und die Blacklist noch in Ruhe anpassen können. Dieses Zugangsprofil, also Yogis Kindersicherung, ist zurzeit noch keinem Computer zugeordnet. Logisch, denn ich habe es ja noch gar nicht erstellt. Das tue ich jetzt, indem ich diese ganzen Einstellungen, die ich jetzt hier gesetzt habe, hier ganz unten mit einem Klick auf OK bestätige. Damit wird jetzt das neue Zugangsprofil Yogis Kindersicherung angelegt. Das sehen wir jetzt hier unten. Und wenn ich jetzt nochmal zurück zum Reiter Kindersicherung hier oben gehe, dann kann ich nämlich jetzt auch zum Beispiel diesem Android-Telefon, das ist zwar mein eigenes, aber wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass das ein Gerät meiner Kinder wäre, dann kann ich diesem jetzt hier rechts unter Zugangsprofile mein gerade neu erstelltes Profil Yogis Kindersicherung zuweisen, das Ganze hier übernehmen und auf dieses Gerät würden dann sämtliche Einstellungen angewendet werden, die wir gerade in den Einstellungen von Yogis Kindersicherung festgelegt haben. Damit diese Einstellungen, insbesondere die Blacklist, die Sperrliste natürlich auch wirksam sind, müssen die natürlich auch irgendwelche Einträge enthalten. Die Blacklist zum Beispiel, die war ja noch komplett leer. Um das zu ändern, könnt ihr hier oben mal im Reiter Listen nachschauen. Dort findet ihr nämlich nicht nur die Filterlisten in Form der Whitelist und der Blacklist, wie gesagt, sondern hier unten auch die Netzwerkanwendungen, von denen ich ja gerade BitTorrent ausgewählt habe, um dieses zu sperren für die Computer, die unter diese Kindersicherung fallen. Und auch diese Einstellungen kann ich jetzt hier im Detail nochmal bearbeiten. Ganz einfach, indem ich hier rechts auf den blauen Stift klicke, dann sehe ich nämlich hier zum Beispiel das Protokoll, welches geblockt wird, TCP und auch die Ports. Und wenn ich die nochmal spezifisch anpassen will, kann ich aber mal sie auf den blauen Stift klicken und habe dann die Möglichkeit, einzelne Ports oder Portbereiche zu sperren, wie das hier jetzt der Fall ist für das BitTorrent-Profil. Das sind natürlich alles Experten-Einstellungen. Da solltet ihr schon genau wissen, was ihr dort tut. Im Zweifel könnt ihr gerade die Computer eurer Kinder auch vielleicht auf diese Einstellung hier setzen. Alles außer Surfen und Mailen. Dieses Profil schauen wir uns nochmal eben an. Da sehen wir nämlich, dass hier tatsächlich fast sämtliche Ports gesperrt sind, bis auf solche, die man wirklich zum Mailen und Surfen und für andere Standardanwendungen im Internet braucht. Und auch das lässt sich hier natürlich alles im Detail anpassen. Schauen wir uns zu guter Letzt natürlich noch die Filterlisten an. Wir haben unser Zugangsprofil Jogis Kindersicherung ja mit der Blacklist-Methode eingestellt. Deshalb werden wir die hier mal bearbeiten und können jetzt hier in dieses Textfeld beliebige Internetadressen eintragen, die eben gesperrt werden sollen. Zum Beispiel sowas hier. Und in die nächste Zeile könntet ihr dann schon die nächste Internetadresse reinschreiben. Das könnt ihr entweder auf diese Art machen oder natürlich auch vollständig mit HTTP, www. und allem drum und dran. Empfehlenswert ist es auf jeden Fall, das so zu tun wie in den ersten beiden Beispielen, da ich jetzt hier, wenn ich die Domain porn.com hier eintrage, auch automatisch alle dazugehörigen Subdomains gesperrt habe. Ich muss also nicht etwa noch hingehen und zusätzlich zum Beispiel stream.porn.com in diese Liste eintragen. Die wird automatisch mitgesperrt, wenn wir nur porn.com hier eintragen. Detailliertere Informationen dazu, wie die Domains hier von dem Filter genau ausgewertet werden, könnt ihr finden, indem ihr hier oben rechts auf das Fragezeichen klickt. Dann wird das hier in einem Hilfefenster nochmal alles genau erklärt. In verschiedenen Beispielen mit verschiedenen Domains und verschiedenen Schreibweisen von Internetadressen. Die Blacklist mit diesen Adressen, die speichere ich hier ganz einfach mit einem Klick auf OK. Und damit würde diese Blacklist, diese Sperrliste jetzt in meinem Beispiel hier auf dieses Android-Gerät angewendet werden, da ich dem ja das Zugangsprofil Kindersicherung zugewiesen habe. Und wenn wir uns das nochmal anschauen, da hatten wir eben die Blacklist eingestellt und natürlich verschiedene Zeitfilter, um unsere Kinder hier richtig zu piesacken. Hier können wir uns die verwendete Blacklist jetzt anzeigen. Und genau die enthält jetzt die gerade getätigten Einträge, Porncom, die natürlich hier völlig imaginär sind. Aber ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen daran orientieren, wie das Ganze hier funktioniert. Wie gesagt, nicht nur als Kindersicherung zu gebrauchen, sondern gerade auch als Filter für irgendwelche kommunikationswütigen Netzwerkgeräte. Da seien als Beispiel zum Beispiel IP-Netzwerkkameras genannt. Da hatte ich schon einige chinesische Kandidaten, die nicht müde werden wollten, nach Hause zu telefonieren, irgendwelche verschlüsselten Daten nach Hause zu schicken auf irgendwelche chinesischen Server. Solche und andere Aktionen, die kann man auch mit diesen Filtereinstellungen hier wunderbar unterbinden. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch heute einen kleinen oder auch nicht so kleinen etwas umfangreicheren Überblick über die Funktionalitäten mit zum Beispiel der Fritzbox 7490 bieten. Das Ganze ist natürlich auch anwendbar auf die meisten anderen aktuellen Router aus der Fritzbox-Serie von AVM. Und wenn ihr weitere Fragen zu der Thematik habt, dann schaut euch auf jeden Fall nicht die unten in den Kommentaren zu stellen. Die versuche ich mit meinem besten Wissen und natürlich mit meiner bestmöglich verfügbaren Zeit zu beantworten und ihr könnt euch natürlich auch immer ein bisschen versuchen gegenseitig zu helfen. Ich danke euch auf jeden Fall für die Zeit, die ihr euch für dieses Video genommen habt und würde mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst oder vielleicht ein Abo auf meinem Kanal. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, das motiviert mich immer weiter zu machen und ihr bleibt ganz nebenbei auf dem Laufenden, was ich hier videomäßig auf YouTube so treibe. Ich wünsche euch alles Gute, macht's gut vom Jogi285 und ciao, ciao.